Das kann ja hier nebenbei ein bisschen laufen. Ich habe ja einen großen Speicher. Kann ich ja wieder löschen. Aber... Ernst Rötter Platz. Achso, Ernst Rötter. Das ist in Charlottenburg. Ich bin ja wahnsinnig. Vorhin haben sie irgendwie Gülle geschmückt. Irgendwas ist da rausgekommen. Echt? Ich habe den nur so gesehen. Haben sie Gülle hingeschmückt? Ja, ja. Das ist doch so ein Fahrzeug, so ein Gülle-Ding da. Hier, Behälter. Ja. Er packt schon die Runde hier, die ganzen Bilder. Hier vorne. Nachher noch nach Hinnifusterhausen? M-U-L. Hier. Jürgen. Merke ich, Oderland. Ja. Ja. Und da. Dort ist es noch sogar. In dem. Ja. Der ist da vorne nicht. Ja, da war gut, ja. Da gehen heute ja auch ein. Da lebt ja auch schon Pocker. Ja, ja. Und hier meine Fahne sah ich. Daran liegt das ja. Ja. Genau. Hat er aber erstmal keine Worte gehabt, ja. Nee, nee, nee. Da fängt ja an. Ja, man muss nicht alles in einem Kopf damit. Nee, das ist die Vorsache dafür, dass alles Pocker wird hier. Ja. Großer. Halt durcheinander hier. Die Polz. Das sind auch die Polz hier, ja. Ach, die Haar. Das hat er um die Strecke. Das ist Niedersachsen. Ja. Also über die Kreuzer hier. Ja. Guck mal, da nehmen sie mal wieder. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Aber wenn sie dahinter ein paar Polizisten, wenn sie die angelechtert werden, die haben auch mal zurückgelächelt. Ja. Jaja, jetzt haben sie keinen Krügelgrund mehr hier. Manche haben noch vorher ihren Trecker geputzt. Manche haben noch die Reifen gereinigt. Oh, das ist ein Würstchen, da wird gegrillt. Die sind noch rote Wurst, die sind ja nicht durch. Danke. Das ist der Wahnsinn. Das ist die nächste Größstation. Das ist die nächste Größstation. Der Teil ist schon weg. Wir standen hier auf beiden Fahrbahnen. Essen ist fertig. Wollen wir auf der Straße herunter gehen? Auf der Straße los. Wir sind wieder. Hier runter gehen aber nicht. Es passt! Und so eine Hebebühne da hinten auch. Und so eine Hebebühne. Wie liegt denn hier drin? Und so ein bisschen. Der Wahnsinn hier. Wie gesagt, es ist fort zu Siegeswörde stehen die mit ihren Treckern. Und so eine Hebebühne. 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 Und so eine Hebebühne.